Ich stehe hier schon eine Weile, guck mal hier, neue Technologie für bis zu 100% Auslaufschutz und das hat 4 von 6 Tropfen mit der Bewertung super, das würde ich nehmen, extra protect, also mich hat das überzeugt und da ist noch so ein kleiner Regenmantel dran. Gibt es hier keine Einkaufspassagen? Hier gibt es nichts mehr, ne? Ne? Und wie ist das Nachtleben hier? Bitte? Das Nachtleben. Das Nachtleben. Da gestoriert sie nichts. Da ist nichts. Hier gibt es nichts. Also ich habe das Gefühl, ich bin nicht in Berlin. Eine Stil-Ikone im Kulturschock. Nächste Woche bist du auch wieder im Studio oder? Nein, da hast du frei. Feiere ich ja. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Mit Geschlechtskrankheiten. Oben auf dem HR-Dach im Kampf gegen die Hitze. Thomas ranft oder wie es bei den Temperaturen wahrscheinlich besser passen würde. Thomas dampft. Das ist sehr gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Ist ja gut. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ich bin in drei Wochen wieder. Im Nachkrankheiten. Oh, I'm overdue, give me some room, coming through. I need the zoo to get me off, sweat until my clothes come off. It's explosive, speakers are pumping, still jumping, six in the morning, table dancing glasses, I'm action, no question, time for some action, temperature's up, gonna make some noise, what I get. Thomas Ranft, jetzt mit den Wetteraussichten. Thomas, ich weiß nicht, ob du es wusstest, heute ist der Tag des Krapfens und ich habe das tatsächlich heute Morgen schon gemerkt. Ich musste mein Auto freikrapfen. Ja. ...beamtenstellen und zwar... Kann ich ausreden, oder? Gib mir Geld. Ich sage, nein, ich habe kein Geld. So, mit mir. Dann, dann ich nehme Brotepanne, dann ich komme aus, schnell, dann ich habe gesagt, geh weg, wenn ich den Bum machen, er ist sofort schnell weg. See what that tastes like? Mein Name ist Philipp Amthor, bin 26 Jahre alt, am liebsten höre ich Klassik, bin da aber nicht so festgelegt. Schönen Abend noch, ja? Schönen Schatten. Dankeschön. Oh, nein, ich liebe Schwatten. Ich liebe Schwatten. Ich liebe Schwatten. Ich liebe Schwatten. Nein. 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 Du bist nicht der weibliche Bachelor. Tut mir leid. Das geht hier nicht. 1, 2, 3, 4, 5 und du bist raus. Willkommen zu der Schwächste fliegt. Ich habe mich sehr gefreut. Es war ein schönes Gespräch und ich denke mal, man sieht sich nochmal. Ich begrüße Sie heute ganz herzlich auf Barbados. Ich begrüße Sie ganz herzlich auf den Seychellen. Dann begrüße ich Sie ganz herzlich auf Gran Canaria, Jamaica, Katarjena, in den Kühlräumen auf Deck 3, mal wieder Aida, Abu Dhabi, heute Down Under. Da habe ich ein Herz mit einem Schloss dran. Dazu gibt es drei Schlüssel. Es wird aber nur einer passen. Wer hat das heute gerade zübergetan? Wer hat das heute gerade zübergetan? Claudia, du bist meine Traumfrau. Ich liebe dich vom ganzen Herzen. Und Jacqueline auch. Claudia, du bist der einzigste Stern für mich im Leben, die mir liebt. Die Pizza. I like it, I love it, I like it. It's automatic. Das Leben muss Champagne-mäßig sein. No dope, no hope. And when I fuck, I fuck. Einen. Dankeschön. Die sind alle zusammengeknostet, nicht? Ja, komm. Dann machen wir noch hier das schöne Bild. So, das habt ihr schön gemacht. Danke. Tschüss. 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 Ich sage es euch ganz ehrlich. Möbelkraft, scheiß auf euch. Mein Lieblingsmarkt ist mum-mum-mum-mum-mum. Mum-mum-mum-mum. Mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum. Mum-mum-mum-mum. Mum-mum-mum. begeistern kann und auch vielleicht noch groß rauskommen werde. Dreimal Holz. Vielen Dank an dich, Natja. Schön, dass du hier warst. Hallo. Man kann den anderen nicht ändern, aber man kann sich selbst ändern. Wir sind Partner. Zwei Baikalbers. Life is a party. And no Campari, no party. No party. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Adios, adios. Tschüss. Leila. Tschüss. Ey, what? Was ist los da? Scheiße. Ja, Mensch. Ich hab die Nerven nicht mehr dafür für solche Nacht. Leute, es ist soweit. Die Linie singt. Jawohl. Alle. Solos gelöst. Frei, frei, frei. Die sind die Lieder. Nein. 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 Ich habe da nichts zu tun. Nein. Das machen wir nicht. Komm her. Kleines. Ich fühle mich super. Hat sehr viel, viel, viel Spaß gemacht. Also ich fand es ein bisschen anstrengend. Also ich konnte am Ende gar nicht mehr. Aber ich denke, an der Zeit werde ich mich strengen. Hallo, nächstes Jahr, bitte, wenn das Dschungelcamp neu gewählt wird, wer reingeht, denk doch auch mal an mich. Ich bin parentsbereit. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Mark. Das ist aber süß, vielen Dank. Das ist so süß. Ja, also ich bin immer am Arbeiten, immer fleißig. Hier ist exklusiv, ich bin Frauke Ludowich und ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Ihr wart fantastisch und ich wünsche euch natürlich viel, viel Erfolg. Dankeschön an meine Viewers. Ich habe euch alle lieb. Peace, peace. Okay, there you go. So, hallo, schön, dass ihr da seid. Denn lasst uns mal was trinken. Auf meine 30 Jahre. Auf meine 30 Jahre arbeitslos. Frohe Weihnachten wünsche ich dir vom ganzen Herzen. Lass die Glöckchen klingeln. Und ich hoffe, du sitzt mit deinen Allerliebsten zusammen und wünsche dir alles, alles Gute vom ganzen, ganzen Herzen. Frohe Weihnachten. Merry Christmas for you. trapped uns in der Luft. ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.